Mein Name ist Joshua Laubinger, ich bin 17 Jahre alt und gehe an die Friedrich-List-Schule und seit Oktober 2019 bin ich der neue Stadtschul-Sprecher der Landeshauptstadt Wiesbaden. Also aktuell sind natürlich die Themen der Umwelt ganz wichtig, gerade mit den Fridays for Future-Demonstrationen aus den letzten Jahren und aber auch in Verbindung mit den Digitalisierungen. Wir haben ja jetzt den momentanen Digitalisierungspakt, und wo ja an die Schulen bestimmte Gelder fließen. Und wie gesagt, das ist halt so die aktuelle Sicht der Schüler, was sie so am meisten interessiert. Und gerade auch vielleicht mit den Schulsanierungen, dadurch, dass Wiesbaden so eine ältere Stadt ist, gibt es doch einige Schulen, die unbedingt renoviert werden oder saniert werden sollten. Und das sind unsere Ziele so für das kommende Jahr auch. Wir wünschen uns, dass die Schüler im kommenden Jahr mehr mit uns gemeinsam zusammenarbeiten, dass der Stadtschülerrat vielleicht ein bisschen bekannter wird unter den Schülern, aber auch unter den Erwachsenen und vielleicht auch in der Politik, dass wir besser gehört werden. Und wie gesagt, das ist alles richtig für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Und wie gesagt, das ist alles richtig für unsere gemeinsame Zusammenarbeit. Untertitelung des ZDF, 2020